So, jetzt sind wir wieder in einem weiteren Part Let's Play Minecraft. Ich habe mein PC jetzt auch neu gestartet. Gut, für euch ist es natürlich schon einen Tag vergangen, aber für uns ist es eben gerade gewesen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass es besser wird, wenn ihr wirklich noch irgendwelche Tipps habt, wie man Minecraft noch mehr Leistung zuweisen kann, immer her damit. Mein PC hat eigentlich genug Leistung, denke ich zumindest. Und, gut, dann geht es jetzt mal einfach weiter. Wo seid ihr? Ähm, hier bei Borda. Toll. Das hilft. Hey, wir haben doch eben zusammen... Ja, Volker, mein, du standst auch eben noch vor mir. Wo bist du jetzt? Also, ich habe mich nicht bewegt. Ich bin immer noch bei diesem Seeding. Wart mal, warum ich deinen Namen sehe. Bei mir sind hier in der Nähe ganz, ganz viele Kürbisse auf einem Fleck. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Hä? Wo? Oh no! I don't see you. Wie bitte? I don't see you. Scheiß Skelette, ey, die sind so genau... Where are you? Hä? Ah, da, okay. So, wo ist Borda? Borda? Gehst du da vorne bei den Kürbissen? Ist das schon die, ist das die richtige Richtung oder ist das wieder zurück? Was ist zurück? Ich glaube zurück, oder? Ja. Hier geht's lang. Aber Borda ist geil. Wo will Kürbisse, ne? Mhm. Mhm. Ähm. So ist das. Oh, oh. Essen. Sieht aber voll lustig aus, wenn man, wenn man isst, also wenn man bei Essen zuguckt. Nob, 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 nob. Oh, scharf, 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 scharf. Ich baum Red Wool. Red Wool, Red Wool. Ich ess mal ein rohes Schweinefleisch. Ich hab ja auch... Von dem rohen Fleisch kann man auch vergiftet werden, ne? Hä, echt? Ja. Ja, was macht das überhaupt, was macht das überhaupt, wenn man vergiftet wird? Ja, für die gar nicht. Das geht schneller zurück, doch. Achso. Geh weg. Zombie. Au, 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 au. Ja, da. Ja, da. Ja, da. So, Blumen wieder zu arbeiten, zu Rose Red. Ah, eben war schon wieder ein bisschen wenig FPS, aber es ging... Es war nur ganz kurz, ähm... Achja, und wenn, falls es jetzt dann gleich nicht besser wird, also... ...richtig schlimm ist, dann müssen wir wieder zur 1.8 zurück wechseln. Das tut uns dann leid. Ich hab grad was bekommen. Was? Ich hab grad was bekommen. Guck mal, guck mal, guck mal, ich geb dir das. Von ner Spinne. Hab ich das bekommen. Was ist das? Spider-Eye. Ja, das... Und was macht man da so mit? Weißt du das? Vielleicht kann man's essen. Kann man das essen? Ne, kann man nicht. Kann man? Ne? Das ist bestimmt für Tränke. Es gibt doch auch irgendwie so ne Tränke. Ich weiß nicht, wie das alles geht, aber das ist bestimmt ne Zutat. Schön, stimmt. Und hier hinten ist wieder Schnee. Wieder? Oder, ähm... Der? Weiß ich nicht. Wieder, glaub ich. Wir sind eigentlich in die Richtung gegangen. Schnee ist auf Dauer langweilig. Hm. Was? Schnee ist auf was? Auf Dauer langweilig. Ach so. Weil's ja nicht irgendwelche Sachen gibt. Ich glaub, das ist wieder der von vorhin, oder? Vielleicht krieg ich wieder ins Eile-Eye. Gucken. Weiß ich jetzt nicht. Ne, ich glaub, die sind ein bisschen seltener, diese Däner. Kriegt man nicht immer ja... Oh, ey, die FFs. Lass mal schlafen. Schlafen. Okay. 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 So. Ich bin im Bett. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ach, dieser scheiß FPS, ey. Die können mich mal am... Hä? Was? Warum geht's nicht weiter? Weiß das nicht. Also, ich schlafe. Auch. Ich auch. Hä? Hä? Ich geh nochmal raus. Ich auch. Ich bin eben auch rausgegangen. Jetzt, glaub ich. Ne, doch nicht. Doch jetzt? Ne. Wieso klappt das jetzt nicht, ja? Lass nochmal alle raus und dann rausgehen. Okay. 3, 2, 1, draußen. Und 3, 2, 1, drin. Okay. Stimmt. Ich. Warum können wir denn jetzt nicht mehr schlafen? Warte, warte. Warte, warte. Warte, jetzt. Jetzt dürfte es klappen. Jetzt muss das klappen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Warte, jetzt bin ich gerade gar nicht im Bett. Macht uns ein bisschen mehr Platz. Hm. 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 Also Nacht ist noch auf jeden Fall. Ja, hab mich auch eben schon geguckt. Wer ist hier jetzt mit Bett? Ich. Was? Was? Was denn das hier? Ich bin im Bett jetzt. Es ist jetzt Nacht? Hm. Hä? Ein netter Bug. Oder was ist das jetzt? Oder was ist das jetzt? Ich grabe mich mal ganz drüber. Ich grabe mich immer noch tiefer in die Erde. Ich grabe auch noch mal ein bisschen tiefer, sodass ich zwei Blöcke über meinen Kopf hab. Seid ihr auch im Bett? Nein, ich hab noch ein bisschen Platz gemacht. Warte mal kurz. Ja, ich bin jetzt in der Puch. So, kurz gucken. Jetzt hab ich rund um mein Bett frei und über mir auch zwei Blöcke frei. Jetzt klappt's. Jetzt. Meine Herren. Meine Herren. Meine. 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 Ich möchte. Du verbrauchst den ganzen Koppel. Echt? Und verschandelt die Welt. Genau. Du verschandelt die Welt. Nachher denkt jemand hier über ein Dorf. Ja. So, äh. Diese Richtung hier. Die Richtung, ja. Habt da recht. Creeper! Creeper! Kannst du erzählen was du willst? Wer ist da drin? Boah, da ist auch ein Creeper. Ja, im Anzug. Ja. Manche Zuschauer irritiert das ganz schön, dass ich ein Creeper bin. Ja. 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 Der eine. Soll ich schon den einen oder anderen Kommentar gelesen, also. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh oh. Diese FPS, ne. Die regnen mich langsam so ein bisschen auf. Ich glaub im Video ist das denn nicht so schlimm... Glaube ich... Glaube ich. Oh oh. Das kann natürlich auch sein, dass nur mein Spiel leckt und in echt leckt... Oh oh. Also ruckelt. Wegen der Aufnahme, damit die Aufnahme flüssig ist. Das kann sein, das hoffe ich. Hoffen wir's. Hoffen wir's. Ich guck gleich mal nachher in die Aufnahme rein. Äh... Borda. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Wartet auf mich. Jo, da ist ein Stronghold. Was? Glaube ich. Wenn wir hier runtergraben, weil ich hab hier nämlich gesehen, als der Chunkbug da war. Was ist ein Stronghold? Wir müssen hier mal runtergraben. Was ist ein Stronghold? Wir müssen hier mal... Mann, das wirst du dann sehen, ich will das jetzt nicht alles erklären. Wir müssen hier mal runtergraben, okay? Also da wo du jetzt bist, hab ich einen fetten Ladefehler und ich kann alles sehen, was da drunter ist. Ja, da unten, dieses Netz da. Siehst du das nicht? Dieses da, dieses... Ach. Nee. Ich grab mir grad schon runter. Ja, ich glaub das ist... Ja, ich glaub das ist... Kein Netz, Mann. Nein. Oh, wie ne... Ich kann das nicht erklären. Grab die einfach runter, dann siehst du das schon. Grast aus. Boah, das sieht aus. Ja. Diesmal Potter vs. Sonic. Haha. Okay. Ich weiß nicht, was ein Stronghold ist. Tut mir leid. Ähm, das weißt du schon seit zwei Wochen nicht. Anstatt dass du dich mein von mir ist nein, du fragst sie jede Folge wieder und jedes Mal muss ich wieder sein. Ich kann's dir erklären. Ach so. Alter. Ja, echt? Ja, echt? Hat mir das letzte Folge auch schon... Oh. Ja. Vielleicht sollte ich die auch mal gucken, die Let's Plays. Hoppala. Hä? Weiß nicht, guckt man seinen eigenen Let's Plays? Macht man sowas? Ich weiß es nicht. Guckt ihr die? Ja. Um das Endprodukt auch zu sehen und zu... Also... Um eben das... Ja, das Endprodukt zu sehen und dann gucken wie es dann am Ende wirklich auf YouTube ist. Ah, okay. Habt ihr jetzt einen Stronghold? Ja, ich bin hier drin. Also ich weiß jetzt mal gucken, ob ich das Stronghold finde. Ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Siehst du? Ähm... Einen Namen? Kiste? Rot. Nein, ist hier dein Name nicht. Jetzt weiß ich, was ein Stronghold ist. Du redest von Kiste? Warte! Nein! Nein, mach nix! Mach nix! Mach nix! Ohne uns! Ohne den Kameramann darfst du nix machen. Das ist... Let's Play Gesetz. Ich bin doch nicht im Stronghold. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß zwar nicht, was ein Stronghold ist, aber... Warte auf mich. Ich muss hier erstmal hochgraben, weil ich mich bis zum Bedrock runtergegraben habe. Ich bin hier jedenfalls im... Oh... Ich seh nen Namen. Zomic. Ja. Das hier ist kein... Nicht das Stronghold. Das hier ist ein verlassener Mietenschacht. Aber ich bin der Meinung, dass hier ist... dass ich hier irgendwo in dem Ladefehlern auch n... n Dings gesehen habe. Hey, jetzt sehe ich gar keinen Namen mehr von euch. Ja, du hast dich auch irgendwie an einer falschen Stelle runtergegraben. Doch, doch. Wir sind ähm... Mist. Ah, ich seh euch. Auf Ebene 37. Wieso? Wo bist du? Oh geil! Oh mein Gott! Wisst ihr, was ich gefunden hab? Melon... Oh, nicht ausrasten. Melon Seeds. Ja, hab ich auch gerade gefunden. Oh gut. Oh geil. Melon. Ja, Melon. Und ich hab noch mehr mit den Seeds. Und Pumpkin Seeds. Geil. Ja, Kürbisse. Die hab ich noch nie angebaut. Ich auch nicht. Was sind denn Kürbisse? Warte mal kurz. Hä, Kürbisse? Was sind Kürbisse? Ja, Kürbisse die findet man doch auch einfach in der Landschaft, ne? Ja. Ja, das sind aber irgendwie andere. Ich weiß nicht genau. Ich hab... Die kann man nicht essen. Ja, ich weiß es nicht. Ich hab äh... was gefunden. Thomas, du siehst nicht. Ja. Ich seh hier gerade kein... Ich seh Borda. Ich seh die Frau, wir sind vorne. Ups, wir sind... Ups... Sala. Siehst du mich, äh... Sieht mich jemand? Irgendjemand meinen Namen? Ne, ich seh nur Tommy. Ich hab nämlich grad Mops-Spawner gefunden. Ey, die sind ja auch anders hier. Die Gänge. Die sind ja jetzt hier mit... Nicht mehr mit Holz rechts und links, sondern mit... Da, Leute. Seht ihr mich nicht? Guck mal nach links. Hier, links. Doch, ich seh dich. Ja, da bist du ja. Achso. Holger Mein, das wird aber... Überall Kissen. Oh, das Spinnende liegt hier rum. Hallo, hier liegen ja voll viele Sachen rum. Ja, ich weiß nicht, wie mir gehören. Die lagen da, als ich kam. Ich dachte, hier wäre vielleicht jemand gestorben, aber... Hä? Voll viele Kisten irgendwie. Voll. Ja, Kisten sind hier häufiger, ne? Also kannst du mir erzählen, was da willst. Brauch keinmal. Irgendwoher. Ich weiß aber nicht mehr. Wovon jetzt genau? Ich weiß aber, dass wir uns gleich verlaufen, deswegen komme ich mal wieder zu euch zurück. Du verläufst dich. Ja, mein ich ja. Und hier ist ein Creeper, da mach ich mal was dicht. Zack. Zack. Kommst du hinterher, oder? Hä? Hallo? Wie geil ist das denn? Oh nein. Wenn du jetzt vergiftet bist, und den Q drückst, dann hast du links so eine Anzeige, wie lange das noch geht. Cool. What? Thomas, vergifte dich mal. Einmal für die Kamera. Also, von Rotten Flash halt, ne? Oh, oh, da ist ein Creeper. Hey, wo bist du denn da? Da hinten, da irgendwo in der Ferne sehe ich deinen Namen. Und jetzt sieht man das auch richtig schön mit dem, äh, ähm, Dingen. Ja. Ja. Also mit dem Zaun, ne? Mit den Zäunen. Ja. Das ist aber kein Stronghold hier, ich glaub ich hab mich vertan. Vielleicht hast du den Dungeon gesehen. Ja, die alten Minenschächte waren aber immer so, dass statt diesen Zäun rechts und links, ähm, auch insomale Holzplanken waren. Ja. Und... Das muss ich euch nur noch irgendwie wieder finden. Na, da bist du ja, Tommy. Tommy, der Clown. Und... Da ist Butter. Nicht wegschieben. Ups. Ups. Au. Au. Oh, ja. So. Kannst du auch die Kohle abbauen. So. Kannst du auch die Kohle abbauen. Hier ist noch ein bisschen. Oha. Wo ist der nächste? Mhm. So. Das war's mit diesem Part. Let's play Minecraft. Ja. Mit dem... Mit den... Mit der FPS... Mit dem... Mit den FPS hat sich's einigermaßen in Grenzen gehalten. Im nächsten Part mal gucken, wenn wir ein bisschen Welt generieren, ob das dann immer noch so extrem ist mit den FPS. Und ob das im Video dann auch letzten Endes ist. Und das war's soweit mit diesem Part. Bis das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.